Das ist doch das Männchen aus Saw, oder? Ja... Das Saw-Männchen. Sie kennen mich nicht. Aber ich kenne Sie. Ich möchte ein Spiel spielen. Genau, wir wohnen im höchsten Raum des höchsten Turmes. Da oben ist es ziemlich typisch eigentlich. Wir wohnen da oben, wo die Atene ist, das rote Ding da. Ja, und das Problem ist die Tauben, ne? Wir sind immer im Konkurrenzkampf mit den Tauben. Ja, sie sind unsere fiesen Untermieder. Das ist eigentlich gar nicht witzig, Leute. Wenn wir es oben so gemütlich haben, was glaubt ihr, wie heftig das ist, wenn es regnet? Mann, Junge. Warum nicht? Weil du unscharf wirst. Das kann nicht sein. Arbeite daran. An deiner Hässlichkeit kann man nichts machen, Digga. Ghetto-Place. Yeah. The real place ghetto shit, ja. Neujahr, ja. Wie nennt man das nochmal? Ein Forum. Das ist eine Einkaufsmeide. Genau. Die wurde letztes Jahr eröffnet. Was? Die Zeit gibt's doch schon ein bisschen länger, oder? Ja, die Zeit gibt's doch schon ein bisschen länger, oder? Was? Deswegen, weil ich ja gleichzeitig auf einer anderen Baustelle war. Oh, okay. Jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Er war auf der Baustelle. Wie er läuft, wie ne Ente. Guck mal hier. Guck mal hier nach. Guck mal. Lauch, Junge. Guck mal hier nach. Guck euch das mal an hier. Das ist voll Ghetto. Oh, jetzt geht's grad schon hoch hier so. Hallo! Hallo! Für dich? Nein, danke! Warum nicht? Woher kommst du? Von mir! Ah, super! Schleichwerbung hier. Facebook sag ich schon Rewe. Na, wo ist er? Da ist er. Suchen findet mich. Doch jetzt, jetzt, jetzt. Guckt euch das an. Produktplacement. Produktplacement. Pizza! Pizza! Wo? Pizza! Wir wollen nur die gute Wagner, ne? Eine völlig neue Experience mit dieser Kamera ein Video zu machen. Mit der 60G. Was ist das? Oh! Was ist das? Was ist das? Oh! Was ist das? Red Bulls da vorne? Wo ist das nicht Red Bulls? Red Bulls! Red Bulls! Red Bulls! Red Bulls! Yeah! Ja! Jetzt zurück. Wo ist er denn? Nach da? Nee! Da ist das Stück!